Ja, guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht's mir in die Luft mit der A6M3, der berühmt-berüchtigten Zero der Japaner und ich sage euch, das lohnt sich richtig, richtig sehr, dieses Flugzeug zu spielen, denn es ist, finde ich, einfach nur genial. Ja, das macht sehr viel Spaß und ja, mal gucken, vielleicht kann ich euch das gleich mal schön zeigen. Also, als erstes gucken wir erstmal, wo wir dieses Flugzeug zu finden haben, im japanischen Forschungsbaum und dann hier, da, als A6M3, hinter der J2M2. Ähm, dieses Flugzeug ist wirklich ein richtig, richtig guter Turner, wenn man das so sieht, also die hier ist schon gut, aber die hier kann noch ein bisschen mehr turnen, dann dabei, ihr seht 16 Sekunden Wendezeit und die habt ihr wirklich, also das Ding ist einfach phänomenal gut und zudem habt ihr noch eine mit 13,8 Metern pro Sekunde ganz akzeptable Steigleistung. Also, auf 3,7 ist das wirklich ein guter Mittelpferd noch, muss man sagen, gebündelt mit dieser super guten Mobilität, äh, Wendigkeit, ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Flugzeug, sehr leicht zu fliegen auch, also wie, ich sage immer, der japanische Forschungsbaum ist für mich, gerade so die Low-Tier-Bereiche, äh, ein super Start in Warsaw, da wer jetzt noch nicht so sagt, ach, boomen, zoom und so weiter, ist jetzt nichts so für mich, möchte einfach nur ein bisschen hinterherfliegen, ähm, dann auf jeden Fall hier so eine Zero rausholen, das macht auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß. Genau. Ja, Schutz gibt's eigentlich ganz, hat so ein Ding halt nicht, es ist japanisches Flugzeug, das muss man auch bedenken, das bedeutet, ähm, dass diese Flugzeuge sehr, sehr, sehr schnell kaputt gehen, also japanische Flugzeuge halten, ich würde sagen, mit am wenigsten aus im ganzen Spiel, ein, zwei Treffer und es ist ganz schnell Feierabend, da muss man wirklich aufpassen, aber, ähm, ihr seid ja flink, also lasst euch einfach nicht treffen, das ist dann auch ganz gut, genau. Ähm, man sieht hier, also wie gesagt, die Tanks sind relativ nah am Rumpf dran, sonst ist immer, wenn die weit außen sind, ist halt die Rollrate nicht ganz so gut, äh, aber wie gesagt, mobilitätsmäßig müsst ihr euch hier wenig Gedanken machen, wenn ihr natürlich, wie gesagt, ein, zwei Treffer bekommt, dann ist das Ganze schon mal, äh, ja, ganz, ganz anders dabei. Ähm, Bewaffnung selber, ihr seht das, wir haben einmal die 7,7 Millimeter, damit reißt ihr keine Bäume aus. Wirklich sehr, sehr schwache MG's, äh, keine Frage und dann habt ihr noch 20 Millimeter Gurte hier für, äh, zwei Kanonen, die ihr an Bord habt, habt aber nur, in Anführungsstrichen, 200 Schuss, was eigentlich schon ganz gut ist, 100 Schuss pro, ähm, pro Kanon ist wirklich echt gut, also da haben zum Beispiel, äh, manche Messerschmitz, äh, die 109er Serie haben deutlich weniger Munition an Bord und ihr habt dann noch die 1400 Schuss, äh, Tracer Munition, sage ich mal, wo ihr ziemlich gut was mitmachen könnt, also das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß dabei. Ähm, ich spiele das Ding mit Allzweck, hochexplosive Splittergranaten, mit Leutspur, hochexplosive Splittergranaten und Panzerbrechende Bruchgeschosse, man könnte auch hier ohne noch spielen, da hat man nochmal mehr Splittergranaten dabei, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, denn ich persönlich komme damit sehr gut zurecht. Ähm, ihr habt zudem noch hier, äh, Minibomben, diese 60-Kilo-Bomben, die sind in, äh, Ground Forces auch gar nicht schlecht, muss man sagen, also da kann man durchaus mal was mit ärgern, das, äh, ist, äh, möglich, es ist schwer, keine Frage. Ja, generell dieses Flugzeug ist zum Beispiel durch seine Wendigkeit auch sehr, sehr nett in Ground Forces, weil Ground Forces ist natürlich nicht ganz so auseinandergezogen, wenn man das denn möchte, aber, ja. Ja, und wer drüber nachdenkt, sich einen Talisman zu holen, also das Ding ist wirklich einen Talisman wert, wenn ihr mich fragt, ist es verhältnismäßig preiswert, ne, mit 800, äh, 980, äh, Golden Eagles und, ähm, alt ist ja Geburtstag von Gaijin, da könnte das nochmal deutlich nach unten gehen, dementsprechend, wenn ihr da gerade mit anfangen mit dem japanischen Forschungsbaum, dann ganz schnell die Zero erforscht und dann würde ich sagen, würde sich ein Talisman wirklich lohnen, weil das Ding ist wirklich sehr, 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 sehr nett. Genau, ähm, war auch, wo die Zero dann, äh, gegen die amerikanischen Modelle gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg, äh, zum Anfang sehr überlegen, also das war, äh, ja, da hatten die Amerikaner wenig gegenzusetzen, die haben dann nachher nachgezogen, dann wurde das auch ein bisschen stärker, aber zum Anfang waren diese Biester wirklich sehr, sehr gut und ich fliege immer sehr gerne mit Zeroes, ich fliege sehr ungern gegen Zeroes, weil das halt wirklich, ähm, ja, böse enden kann, sagen wir es mal so. Genau, so, dann gucke ich mal, ob ich eine schöne Runde erwischen kann und würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel wieder, in diesem Sinne, bis gleich. So, wir starten das Ding, startet ja auch mal interessant, ich brauche auf jeden Fall nicht so viel Startfläche, kommt einer von hinten, wir ziehen die Karre mal ganz schnell nach oben, damit wir hier gar nicht crashen, sehr ungünstig sonst immer. Aber, ihr seht, wie gesagt, das Ding startet sehr gut, Marineflieger halt, so ist das immer ganz gut. 288 Meter braucht die halt nur zum Starten. Marineflieger haben auch in der Regel einen relativ großen Tank, ähm, die hat jetzt standardmäßig 19 Minuten oder 18 Minuten mit, äh, das muss in der Regel ausreichen. Es gibt ja manche Flugzeuge, die haben so wenig Sprit, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, da irgendwas zu machen und es gibt manche Flugzeuge, die, ähm, haben so viel Sprit mit, dass man am liebsten ein bisschen weniger mitnehmen könnte. Ich glaube, ich finde, so 18 Minuten ist auf jeden Fall nicht schlecht. Bedingt bitte dabei, äh, Spritlegs schließen sich bei Japanern, äh, in der Regel nicht selber. Also, das kann immer ganz schnell in die Hose gehen, wir könnten mal ein bisschen steiler steigen und, äh, da müsst ihr wirklich sehr, sehr drauf aufpassen. Genau. So, wir gucken mal, gegen was wir überhaupt kämpfen, gegen Deutsche und Russen, das ist okay. Äh, b-b-b-b-A6, ah, okay. Ja, was ist das für ein Spitfire? Ja, AK-9, ah, okay. Ein bisschen laut hier, aber nicht schlimm. Hing ein. So, jetzt geht auf jeden Fall, die Steigrate ist vollkommen in Ordnung, wenn ich das hier mit meinen Freunden vergleiche. Die Frage ist ja immer, wie die so am Knüppel ziehen, in Anführungsstrichen. So, da unten sind ja auch immer oft Ziele, ne, in dem Hafengebiet, wobei ich glaube, ne, in der Variante nicht. Deshalb werden wir uns ein bisschen, kommt ja immer drauf an, welche Version man wieder spielt, von welcher Karte und so weiter. Da ist alles ein bisschen Käse manchmal, aber nichtsdestotrotz versuchen wir es natürlich. So, ein bisschen flacher wieder, damit wir nicht ganz so viel Speed rausnehmen. So, mal so ein bisschen wenigstens über 2,50 zu bleiben, weil wenn man den Speed dann mal braucht, dann, äh, ja, muss er dann auch da sein. Es ist ja, Höhe ist gut, Geschwindigkeit ist natürlich auch gut. Also, es bringt mir nichts, wenn ich ganz hoch bin, aber dann halt nur 200 kmh fliege, weil ich die ganze Zeit so am Stallen bin. Ähm, wenn ich dann im geraden Flug bin mit über 400 Sachen, muss man das erstmal aufbauen. Die Frage ist natürlich, wie viel Delta dazwischen ist. So, die P-47 da unten, ein Stück tiefer. Bin ich auf jeden Fall, ich komme mal ganz gut mit, 109, als weiß ich nicht was für ein. Das ist eben eine gekaperte F-4, nicht schlecht, mag ich. Das ist ganz gut, sieht man doch hier so, ne. Bei denen nochmal, die Cockpits sind ja immer sehr schön gebaut, detailliert. Ich kenne kein Japanisch, dementsprechend, äh, aber man kann manche Armaturen natürlich sehr gut zuordnen. So, da ist eine I-185, das sind auch ganz schön kleine Scheißer, muss man sagen. Wenn ich die ersten Feinde sehe, dann gucke ich immer, wie hoch die sind. Und dadurch, dass die ersten jetzt erstmal deutlich niedriger sind als ich, da kommt ein B-25, ähm, bei sowas bitte aufpassen. Also die können euch wirklich, dadurch, dass die Brownings haben und in alle Richtungen ballern wie bekloppt und so weiter, müsst ihr mal gucken, wenn ihr da mal kurz vorbei könnt und dann ein, zwei Körner mit abgebt, dann ist das in Ordnung. Aber ich würde da bitte nicht, äh, so als Bomberhunter agieren, weil die halt wirklich sehr, sehr schnell rausgenommen werden könntet. Würdet, wie auch immer. So, ich glaube aber, dass, jetzt dreht sie ein bisschen ab. Ja, die hat ihre Bombenladung geworfen, denke ich mal, da drauf. Oh, so machen, ich werde mal so ein bisschen über 4000 gehen, da geht sie runter. Hier zum Beispiel die 109, ich kann das viel besser als ich, ne. Also wenn ihr eine Zero am Arsch habt, auf Deutsch gesagt, dann einfach Stutzflug, wenn ihr hoch seid. Die Zero kommt dann irgendwann nicht mehr mit und dann geht sie auch an ihre Grenzen. So, P1, 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 P1 leider rausgenommen, Schadehöhe. Wurde ordentlich angegangen von zwei Jägern. Da ist noch eine 185er, ich ziehe ein bisschen nach links, ja, damit ich ein bisschen höher gehe. Da gehe ich manchmal lieber so ein bisschen drauf, wenn die Leute im, da kommen auch die anderen, ähm, weil man nicht so dran denkt und dann auf einmal kommt die D-7o von hinten. Das ist dann das fiese eigentlich. 190er F hat zugeschlagen, okay. Zwei Bomber verloren ist natürlich nicht gut, keine Frage, aber das ist nicht das Ende der Welt. Auch das muss man sagen. So, jetzt ziehe ich nochmal ein Stückchen höher. Also ganz bewusst richtig doll. So. Jetzt kommt die 190er an. Ja, sieht so aus, ob sie mich haben will. Jetzt wieder Speed aufbauen, ganz schnell. Gerade gesagt, hab ein bisschen übertrieben. So, da kommt sie. Ja. Die ist höher als ich. Schneller als ich, aber ich bin deutlich wendiger als sie. Deshalb müssen wir mal gucken. Sieht sie ein bisschen nach links, sieht man schön den Kondensstreifen. Da kommt eine 109er und die E-185. Auch wenn ich es nicht wollte, bin ich trotzdem an denen dran. Jetzt mal gleich ganz schnell ausweichen. Nämlich jetzt quasi. Sehr schön, den ersten geduckt. Da kommt die 109er an. Mal gucken, ob wir in die geht. Auf gar keinen. Das hingekommen. Da kriegen wir nicht ganz hin. Wir stallen hier ganz schön heftig gerade. Ah, Mist. Ja, hätte sein können, dass wir vielleicht mal ein, zwei Pünktchen. Sieht jetzt nämlich das Seitenruder. Mit dazu. So. Dann sind wir wieder dabei. Da kommt die andere. Eine G. Nein, nicht mit mir. Ah, sehr hoch hier. Von dahinten war noch einer. Oh, da kommt wieder was geflogen. Ah, die kämpfen ja ganz schön hoch gerade. Mal aufpassen. Ah, die Jack. Ihr seht das gerade beim Drehen, ne? Wie schnell ihr dann auf einmal auf die draufkommt. Das ist echt der Wahnsinn. Sprit-Leck, denke ich mal. Ein bisschen Speed rausnehmen, damit wir sie nicht überholen. Ein bisschen Zielwasser trinken hier. So, wir sind jetzt wieder rausnehmen. Jetzt kommt ein Verbündeter dazu. Sind wir schon ganz runden angelangt? Oh, mein Meisterschütze. Er tut sich ganz schön. Da war er. So, sehr schön. Jetzt ist es natürlich hinter uns ordentlich was. Das ganze Geschehen hat sich ordentlich nach unten verzogen. Was für mich erstmal ganz gut ist. War harter Kampf gerade. Sehr gut gehöpft. Fuck. Das muss ich echt sagen. Kommt mir 109er an. Und... Ich hab das Gefühl, dass hinter mir was ist. Das dreh ich jetzt mal ein. Ja, ist es auch. Ich hab das extra nur mit den MGs geschossen, damit er erstmal denkt hier, oh. Okay, was über das gerade war. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Lucky Punch, wenn man das so überlegen will. Oh, 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 oh Die G-Reihe, ich wusste nicht, welches war So, jetzt ist die Frage, was wir machen Ich glaube, ich werde mich lieber nach Hause verpieseln Da hinten, oh, ne, Jack, okay Da gehen wir natürlich noch gerne drauf Jack, neun Sehr schnell unterwegs gewesen gerade hier Wir hängen uns mal dahinter einfach Damit wir erstmal sehen, wo sie denn lang möchte 84 Schuss haben wir noch, passt ja ganz gut für mich Da ist noch ne Focke Wulff Ich geh auf die Focke Wulff Spitfire hat zwei gegen mich, das könnte hart werden Ne Focke Wulff mach ich bestimmt kein Head-On gegen Jetzt schön einlenken, drehen Ei, 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 das war ganz schön hart gerade Und schon sind wir hinter der Focke Wulff Weil wir natürlich jetzt die Jack auch noch hinter uns haben Verdammte Scheiße Ei, 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 jetzt sind wir raus Jetzt sind wir raus Ja Obwohl, der hat sich gerade selbst geschrottet Das ist natürlich ärgerlich dann dabei, ne Ah, schade, schade, schade Ja, aber das war hart gekämpft, sag ich mal Das war, ähm Ich hoffe, dass das vielleicht noch Ah, die Spitfire geht runter Ich glaub die andere A6, die wir da haben Die ist, ja Die ist glaub ich leer Zumindest sah das schwer danach aus Oben ist auf jeden Fall noch ein schöner Kampf zu sehen Sagen wir mal so, wir gehen hier mal so hoch raus In der Form, weil da können wir definitiv nichts mehr machen Ich glaub aber die Spitfire, die wird da ganz schön kämpfen Schade, dass wir jetzt nicht nach Hause gebracht haben Das wäre noch richtig schön gewesen Das ist die Spitfire, die, ja, schön Motorschaden auf jeden Fall hat Hier nur am Turnen ist Ach, Mann, ey Das wird nix Jetzt bist du dran, kleiner Mann Ei, uh, er hat aber Glück gehabt Ja, da Das war schon vom Aber wer weiß, wie schwer sie kaputt war Genau Was ist die andere A6M Fünf in der Hinsicht Ja, das wird ja sehr eng werden Mal hier auf Statistiken gucken Einen haben wir noch, einen Jäger Mal gucken Das ist die Frage, wer es denn dann so wird Naja So, für uns leider nichts mehr Aber trotzdem hat man, glaub ich, ganz gut gesehen Was dieses Flugzeug kann Äh, mit der Jagd hab ich mich ein bisschen Also mit der Jagd 3 Echt fair getan, muss ich sagen Die hat aber auch Also die wollte nicht aufgeben Keine Frage Und das Fiese ist wirklich Man hat die Zero hinter sich Auf der Höhe Ähm Es ist eigentlich fast ein Todesruder Sagen wir mal Ich musste eben aufpassen Dass ich den Schub schnell zurücknehme Damit ich da nicht zu weit vorpresche Weil dann hab ich dann andere Probleme Dann dabei Weiche Landungen gab's Wenigstens noch dabei Doppelschlag und Jägerretter Also, ähm Ja, ihr seht 29.000 Die Runde ist noch nicht vorbei 2100 Noch mal so dabei Also das war Fand ich auf jeden Fall Eine ganz nette Runde Insofern die Zero jetzt mal kommt Und das Gute ist Ihr wisst, ich mach die automatische Reparatur aus Weil jetzt kann ich sie einfach in die Ecke stellen Erstmal Und dann vielleicht mal ein bisschen Die Reparaturkosten drücken Die Reparaturkosten hier mit Maximal 7.843 Das ist vollkommen in Ordnung Macht richtig viel Spaß Weil Es gibt Flugzeuge Und das find ich Abartig Persönlich Diese zu fliegen Macht dann noch viel länger Spaß Wenn ich hier bei den Franzosen Äh, bei den Italienern zum Beispiel gucke Dann bin ich hier bei Äh Reparaturkosten 26.000 Ne 15.000 9.000 Das geht ja noch 29.000 Für eine G56 Krank Also richtig krank 21.000 hier Also das ist wirklich Ich glaube Die ging noch Ne Die hat nur 7.000 Also das ist Äh Als Beispiel nur dabei Wo man da landen kann Und das ist wirklich Das ist bezahlbares Fliegen Und ähm Weil ich nämlich jetzt zum Beispiel Äh Bei meinen nächsten Erforschungen Hier auf der J2M Momentan hab ich ja die M1 N1 K1 Kein schlechtes Flugzeug Aber ihr seht auch 12.000 Reparaturkosten Was noch recht humanes Für ein Flugzeug Muss man auch sagen Ähm Da kann ich aber alles Mit der Zero hier erforschen Weil die Zero ist auf Rang 3 Angesiedelt Zwar im unteren Bereich Aber das interessiert ja keinen Und dementsprechend kann ich natürlich Rang 4 Fahrzeuge Voll und ganz erforschen Und da ich die brauche Um hier zum Beispiel die Äh R2Y2 Äh Erforschen zu können Weil ich dann nämlich noch Vier weitere Fahrzeuge benötige Bin ich damit eigentlich dann ganz gut bei Deshalb bin ich auch auf die Key 61 gegangen Weil ich die dann Damit erstmal erforsche Und dann weitergehe Genau Ja Die Zero Ähm Sehr sehr nettes Flugzeug Ihr habt gesehen 1,2 Treffer Es ist Feierabend Das ist wirklich das Problem dabei Mit der 109G Die ich nachher Abgeschossen hab Ist es wirklich in Ordnung Aber Versucht gar nicht Ein Head-on zu machen Also ich mach da Hab damit sehr schlechte Erfahrungen Und wenn ihr vorher Dies einen Turn macht Wie ich das gemacht habe Dann seid ihr auf einmal Ratzfatz hinter dem Und der Jäger vor euch Der vielleicht sogar gerade ausfliegt Hat vielleicht nur 300 Meter Vorsprung Und ich sag mal so Bis zu 500 Meter Kann man eigentlich noch ganz gut Das Ding mit Bordwaffen bekämpfen Finde ich zumindest Ohne dass man jetzt Großes Glück haben muss Ähm Ja und ihr seht dann Lustig fand ich ja auch Dass die einen auf jeden Fall Einmal nur mit den 7,7 Millimetern Abgeschossen wurde Das war dann Durchaus ganz nett Genau Schade ist die Jagd Die mich dann Daher kaputt geschossen hat Dass die dann auch Abgeschmiert ist Das hab ich nicht so ganz verstanden Weil eigentlich Ja wer weiß mit wie viel Speed Sie angekommen ist Neigen russische Flugzeuge Ja auch dann gerne mal Dazu einfach ein bisschen Start zu werden Naja Aber wenn ihr Spaß haben wollt Am Fliegen A6M3 Es ist wirklich Phänomenal Und ich war gerade load hier Muss man da nur noch sagen Dann dabei Also das nochmal dazu Ähm Ja wir waren jetzt hier A5 Äh Ne A6M Das ist die Frage Welche er nochmal hatte Gerade mein Kollege da Ach die Co Genau Guck mal Genau eins Also ich war wirklich Komplett load hier 4.7 war die Eine Stufung davon Und ich hab einfach Drei Kills gemacht davon Keine Bomber oder ähnliches Dabei Das waren drei Jäger Mit einem Ja äh Battle Ranking von 1.0 weniger Also das ist schon ziemlich cool Von dem Ganzen her gesehen Klar da waren Flugzeuge dabei Weil die ne Aber man muss sich dann ja auch behaupten Das finde ich dann auch mal dabei So das war's jetzt Also äh Zero spielen macht Spaß Haben wir das jetzt erstmal so Und alle Zeros machen eigentlich Spaß Finde ich Die einen mehr Die anderen weniger Japanischer Forschungsbau Bei den Flugzeugen Sehr sehr zu empfehlen Was zum Beispiel auch witzig ist Das Ding hier Das ist auch richtig geil Ihr seht Wendezeit 10 Sekunden Ähm Das ist ziemlich geil Aber nur diese 7,7 Millimeter Kanonen Da muss man immer ein bisschen Ein bisschen aufpassen Aber das wird dann relativ schnell Besser Keine Frage Genau Wunderbar Also ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Dementsprechend würde es mich natürlich freuen Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden Wenn es wieder heißt War Thunder In diesem Sinne Viel Spaß Bleibt gesund Haltet Abstand Ihr kennt die Regeln Bis zum nächsten Mal Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020